Ahoi ihr Star Wars, genauso wie ich, liebenden Bausteinbauer und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Oh, ich bin so aufgeregt, Leute, ich habe euch eine August-Neuheit von Lego 2024 mitgebracht. Das Set hier wird erscheinen oder ist erschienen am 01.08.2024, was hier neben mir steht, was ihr hier schon neben mir sehen könnt. Aber bevor wir dazu kommen, zunächst einmal zwei wichtige Sachen, die ich gesagt haben möchte. Erstens, vielen Dank an alle Kanalunterstützer, an alle Kanalmitglieder, die mich auf meinem Weg hier auf diesem Kanal begleiten und dazu beitragen, dass es hier immer ein bisschen weitergehen kann und ein bisschen besser werden kann. Vielen Dank, Leute, dass ihr dabei seid. Und Nummer zwei, was ich sagen möchte an alle, die hier auf diesem Kanal sehen möchten, wie ich in einer Art Selbstverherrlichungsprozess Lego zerlege. Die sollten jetzt vielleicht weiterziehen, denn das wird hier nicht passieren. Ich berichte immer aus meiner Sicht über die positiven und negativen Dinge von einem Set, manchmal auch sehr emotional, aber nie pauschal. Das jedenfalls ist mein Ziel. Das ist also die Erwartung an dieses Video, die ihr haben solltet. Ist das nicht eure Erwartung? Dann bitte gleich vielleicht woanders gucken, bevor ihr wieder böse Kommentare schreiben müsst, die keinem wirklich Freude bereiten. So, und jetzt kommen wir zu diesem Set, was hier Z, Z. Ich sage schon wieder Z mit Z, ne? Irgendwie habe ich da einen Sprachfehler. Nun kommen wir zu diesem Set, was hier am 1.8. erscheint oder erscheinen wird. Die 75396, das Wüsten-Skiff und die Skala-Grube in einem Set, bestehend aus 558 Teilen. Wie bei mir üblich, werde ich den Preis im Laufe des Videos benennen und dann auch einordnen. Das wird hier sehr interessant und lustig werden, aber darum geht es jetzt zunächst erstmal nicht. Zunächst geht es um eben dieses Set. Und dieses Set besteht aus dieser Box, die hier neben mir steht, die von vorne so aussieht ja ganz nett und von hinten so aussieht auch ganz nett. 25 Jahre Lego Star Wars, alles nett. Das Set ist aber das Spannende daran. Die Box habt ihr jetzt einmal grob gesehen. Es gibt natürlich auch Anleitungen. Zwei Stück an der Zahl hier sind mit dabei. Lego-typisch, relativ wenige Teile pro Bauschritt. Danach lässt es sich erfahrungsgemäß gut bauen. Und danach hat sie es auch meiner Meinung nach gut bauen lassen. Was bei diesem Set hier allerdings, glaube ich, der Kern ist, der Kernfokus ist, sind die Minifiguren. Und da sind ganze sechs mit am Start. Und was soll ich sagen? Ich bin, ah, ich bin so froh und so glücklich über diese Minifiguren. Mein Gott. Eine ganz besondere, dazu komme ich gleich. Und auch fünf besondere. Und das macht mich wirklich, wirklich glücklich. Ich bin ja bei Lego eingestiegen, als ich schon etwas älter war tatsächlich. Das bedeutet, ich habe meine Lieblingsfiguren bei Star Wars verpasst, als sie das erste Mal rausgekommen sind. Nun sehen die heute natürlich anders aus, aber ich bekomme wieder Figuren aus der Original, aus der ersten Trilogie sozusagen von Star Wars. Und das ist herrlich. Also außer Leia sind hier eigentlich alle richtig wichtigen Figuren mit dabei. Achso, bevor ich es vergesse zu erwähnen. Dieses Wüstenskiff ist ja nur quasi der Vorgeschmack für ein fantastisches Set, was im Oktober rauskommen wird. Gut, ob es fantastisch ist, werden wir sehen, aber es verspricht sehr viel Phantasmus, wie auch immer. Und zwar wird die Sailbarge als UCS-Set im Oktober erscheinen. Das große Ding, was rumgeschwebt ist, wo der dicke Jabba auch drauf saß, ja. Und wo dann auch Leia wahrscheinlich dabei sein wird und müsste. Und in der Szenerie ja hier mitgewirkt hat. Also das wird eine coole Geschichte. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt erstmal die Figuren beim Wüstenskiff. Und das ist natürlich Luke Skywalker mit der klassischen hässlichen Frisur, die er damals hatte. Was immer machen, so sahen sie damals aus. Ja, dann haben wir unser Han Solo natürlich auch mit dabei. Chewbacca ist am Start. Wir haben Lando Carissian hier mit dabei. Und wie könnte es anders sein, Boba Fett. Und jetzt schauen wir uns bitte mal die Minifiguren von Boba und von Lando an. Ich meine, bei Boba Fett sind wir es gewohnt, dass der super detailliert ausgearbeitet ist. Der hat sogar bedruckte Arme, ja. Das ist richtig cool. Lando hat aber auch richtig schön bedruckte Beine hier mitte dabei. Extrem detailliert die Figur. Auch der Helm super schön bedruckt von Lando hier. Fantastisch gemacht. Also ich erkenne den sofort wieder. So sah das für mich im Film auch aus. Chewie, natürlich sind die Beine immer bedruckt. Von hinten sehen sie dann übrigens so aus. Da haben wir keine bedruckten Beine. Nochmal den Helm von Lando einmal abgenommen und von Boba auch. Und dann habt ihr nochmal die Blicke auf die Gesichter. Ja, und da haben wir sie von vorne nochmal dargestellt. Und wie gesagt, der Helm von Lando, der hat es wirklich in sich. Der sieht super, super cool aus. Schön gestaltet. Okay, so. Und das sind ja nicht die einzigen Figuren, die wir dabei haben. Und ich... Ah, das sind so tolle Figuren, ne? Es ist einfach fantastisch. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Das sind ja nicht die einzigen Figuren. Wir haben noch eine besondere Figur dabei. Und zwar ist das Nein-Namb. Zur Aussprache des Namen sage ich gleich nochmal was. Der gute Nein hier hat in der Szene eigentlich nichts zu suchen. Das ist ein... Ja, was ist es? Ein Schmuggler? Rebellenpilot? Bin mir gar nicht so ganz sicher, wo der... War das ein Rebellenpilot? Das war ein Schmuggler auf jeden Fall. Der ist mit Lando auch den Angriff auf den zweiten Stern... Todesstern geflogen im Millennium Falcon auf jeden Fall. Er war ja auch ein Rebellenpilot, ne? Genau. Die Nebencharaktere von damals, ich kann mich daran immer nicht so richtig erinnern. Aber das Gesicht kennt man natürlich noch. Also ich auf jeden Fall. Aber welche Rolle der nachher gespielt hat, ist immer schwierig für mich. Aber das muss ja ein Rebellenpilot gewesen sein. Warum sollte er sonst mit Lando, ne? Oder hat sich jedenfalls dann den Rebellen angeschlossen? Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es genauer wisst. Aber zur Aussprache ist witzig. Also aber zunächst schaut euch mal an. Der ist auch mit den Beinen bedruckt. Sehr, sehr, sehr geil tatsächlich. Funden sieht er so aus. Und der Kopf ist in Sonderform. Diese Figur gab es noch nie bei Lego. Ist zum ersten Mal dabei. Jetzt Librium, 25 Jahre, Lego Star Wars. Das erste Mal gibt es Nein-Namb jetzt als Minifigur hier mit am Start. Und der ist richtig schön umgesetzt. Zur Aussprache sei noch gesagt. Ich weiß es nicht. Also Nien-Namb könnte man auch sagen. Aber dieses Namb hinten ist schwierig, weil es N-U-N-B geschrieben wird. Also Namb und nicht Namb wie Namba. Der Name, wenn es stimmt, was ich gelesen habe, kommt wohl daher, dass er die neunte Figur in einem Entwurf in einer gewissen Reihenfolge damals beim Dreh, bei der Entwicklung war. Und deswegen Nein-Namb. Also Nein-Namb. Warum dieses Namb dann so komisch geschrieben ist? Na gut, es wird dann halt verkürzt. Also es heißt wahrscheinlich Nein-Namb tatsächlich. Aber auch hier, wenn ihr es besser wisst, gerne in die Kommentare. Wenn ihr es wirklich besser wisst. Und nicht, wenn ihr es nur besser vermutet. Weil vermuten kann ich auch. Aber ein Problem haben wir hier tatsächlich. Und zwar der Druck des Oberkörpers. Dieses Rot ist auf Schwarz im Torso gedruckt. Damit ist das Rot dunkler als bei den Beinen und bei den Armen, weil das Schwarz durchschimmert. Das ehrlich gesagt finde ich schade. Und das verstehe ich nicht, warum Lego es sich nicht wert ist, dieses Rot dann einfach zweimal zu bedrucken. Kostet das so viel mehr, da noch eine Schicht drüber zu bügeln? Oder ist es technisch so schwierig, genau die Flächen nochmal zu treffen? Ich weiß es nicht. Das finde ich schade. So, das waren die Minifiguren. Fantastische Minifiguren. Kommen wir nun eigentlich zu dem Set an sich. Zu den beiden. Es sind echt viele Figuren für so ein kleines Set. Irre. So, und da haben wir es. Dieses Set, dieses Wüstensgift, gab es 2017 bereits. Schon einmal. Es ist jetzt aber besser und detaillierter ausgearbeitet, wie ich finde. Vor allem, die Skala-Grube ist deutlich größer. Also dieser Sandhügel ausrum ist deutlich größer gestaltet, als es 2017 so war. Wirklich nur dieses Maul gewesen, so ein paar Tentakel und so ein kleines Sandstück. Das ist jetzt besser. Da gucken wir gleich drauf. Gucken wir uns erstmal dieses Schiffchen hier an. Es schwebt so ein bisschen über Boden. Das haben sie mit Transclear Bricks nachgestellt. Superschöne Steine, superschöne Qualität. Die sind wirklich glasklar. Diese Transclear Bricks. Und haben sich superschön verbauen lassen. Generell hatte ich hier in der Verbaubarkeit null Probleme. Das war großartig. So, von oben sieht es so aus. Die Fliesen haben superschön Glanz. Superschönes Finish. Tiptop. Diese Elemente sind so feste Plastikschläuche, die in drinnen auch hohen sind. Die kann man so biegen. Und dann haben wir hier diese Form dargestellt damit. Hier außen haben wir so eine Art, ja, das sieht für mich wie so ein asiatischer Hut aus. Und, ja, von hinten so ein bisschen Antrieb noch, klar. Und wir haben hier natürlich auch eine Rampe zum Ausfahren, um dann die Bösewichte, in dem Fall ja die Guten eigentlich, ja, wie man auch so sehen möchte, über Bord gehen zu lassen. Ja, ist die kleine Spielfunktion, ja. Viel mehr haben wir hier nicht. Es ist auch bloß so ein Transportschiff gewesen. Viel mehr muss am Ende hier auch nicht rein. Farbkunde Jungen sehen wir hier keine. Es war welche drin tatsächlich, in dem Teil hier auch. Aber so reduziert und so fein gemacht, dass ich sie nicht mehr sehe und dass es auch nicht übertrieben ist. Also kein endlos buntes Zeug. Ich glaube, ein bisschen hellblaue Plates waren da mit drin jetzt gewesen. Das ist das, woran ich mich erinnere. Ja, cool. Schöne Farben. Achso, in Dark Ten hier vorne, diese Giebelchen, diese Dachelemente scheinen neu zu sein. So wie ich das mitbekommen habe. Okay, das beiseite. Und dann der Schlund, das ist Garlack hier. Sehr, sehr schön gebaut. Wie ich finde, die Zähne innen drin, sehr viele Zähne. Da muss man ein bisschen Geduld für haben, die da alle ranzutickern. Ansonsten passt das. Ihr seht schon, hier passiert auch ein bisschen was. Es bewegt sich ein bisschen was. Von unten sieht es so aus. Schön entspannt von dem Farben. Wie gesagt, die Kodierung scheint hier, so wie ich das jetzt sehe, an keiner Stelle durch. Ich glaube, ich habe einen Zahn vergessen, da einzustecken. Da ist noch eine freie Fläche. Naja, passiert. Da haben wir noch ein Zähne über. Ich kann hier nur einsetzen. So, eine Funktion haben wir auch. Das hier hinten. Ich kann so ein bisschen hier dran drehen. Dann bewegt sich das. Und am Ende sieht das dann so aus. Wenn sie so steht, dann kann ich hier so ein bisschen so mit den Tentakeln wedeln. Und ja, ich fresse jetzt einen Boba gleich. Ich habe schon Hunger. Ja, und der Boba, der passt hier tatsächlich auch rein. Natürlich, das ist gar kein Problem. Dann machen wir die Waffe aus der Hand. Boba rein. Skalak zu. So. Dann kommt noch seine Antenne oben raus. Die kann man ja auch einklappen oder so. Und dann ist der Boba hier verschwunden und aufgefuttert. Wir wissen aber alle, irgendwann kam er da wohl wieder raus. Sonst hätte es die weiteren Serien irgendwann nicht gegeben. So. Da ist er wieder. Zurück zu seinen anderen Kumpels. Oder halt nicht Kumpels. Er war ja halt nicht gerade gut gesonnen gegenüber unseren Protagonisten hier. So. Nun müssen wir zum Preis kommen. Und jeder von euch, der irgendwie ein schwaches Herz in irgendeiner Form hat, sollte jetzt bitte ganz stark sein und aufpassen, was jetzt gleich passiert. Denn das ist durchaus interessant. Formulieren wir jetzt mal so. Es ist interessant, was hier passiert ist preistechnisch und so. Und den Preis, den blende ich euch jetzt einmal hier ein. Wir haben eine UVP von 79,99 Euro. Scheiße, ist das teuer. Meine Fresse, das ist sogar für Lego Star Wars teuer. Und ich frage mich, wie kommt das zustande? Und dann denke ich mir so, ha, ich weiß natürlich, wie das zustande kommt. Wir haben sechs Minifiguren dabei. Davon eine mit neuem Mold am Kopf. Neuer exklusiver Figur. Eine bedruckte 25 Jahre Plate davor dabei. Sonst keine Aufkleber, sonst auch keine weitere Dekoration. Und das ist natürlich dann direkt Preistreiben. Das sind Gold-Elemente und das ist Platin. Ist Platin teurer als Gold? Sonst machen wir das Platin und das Gold. Je nachdem, was teurer ist. 79,99 Euro, UVP bei 558 Teilen macht einen Teilepreis von 14,34 Euro für ein Spielzeug. Das ist mindestens 4,34 Cent zu teuer pro Teil. Und der 100-Gramm-Preis ist noch viel schlimmer. Das wiegt nur 482 Gramm. Wir sind damit bei 16,59 Euro pro 100 Gramm. Und ich sage immer, über 10 Euro wird es teuer. 6,59 Euro zu viel pro 100 Gramm betrachte ich dieses Set. Nun packen wir mal den Lego Star Wars Bonus oben drauf. Und dann sage ich mal so, komm zu UVP. 12,12 wäre verständlich, weil es in die Lego-Welt passt. Weil das so üblich wäre dann irgendwo. Wir sind aber bei 14,16. Das ist interessant. Und die wissen, dass das gut laufen wird, weil das wirklich ein cooles Set mit coolen Figuren ist. Die einzig gute Nachricht an diesem Drama des Preises ist, dass es hier drauf Rabatte gibt. Ich gehe fest davon aus, dass ihr locker 30% bekommen werdet. Leider ist es dann selbst in 30% immer noch unfassbar teuer. Ja, aber that's it. Was soll ich jetzt sagen? Den Preis habe ich jetzt benannt. Ich habe benannt, dass es einfach viel, viel, viel zu teuer ist. Weiter drauf rumreiten brauche ich jetzt nicht, weil ich es nicht ändern kann. Und ja, die Rabatte zahlen die Händler. Aber ich weiß, kaufmännische Entscheidung. Es gibt immer einen, der Rabatte gibt. Dann sind sie vielleicht selber schuld, würden sie es nicht machen. Würde das nicht verkauft werden, hätten die weniger Umsatz. Aber vielleicht würde Lego auch umdenken. Ach, wir könnten darüber diskutieren. Es wird erstmal nichts ändern, befürchte ich. Ich habe euch übrigens vergessen, eine Funktion zu zeigen. Das kann man auch ausklappen hier. So ein bisschen. Warum? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber es geht. Genau, also. Das also dazu. Das ist dann auch schon sozusagen mein Fazit, meine berühmten letzten Worte. Ich finde dieses Set super cool. Mir gefällt das richtig gut. Die Szene in dem Film habe ich geliebt damals. Ich weiß gar nicht, warum. Ich mag generell Szenen, die irgendwie in Wüsten stattfinden oder in Schneegiebieten stattfinden. Bin ich ein Fan von. Das war eine Wüstenszene und dann noch im Star Wars Universum. Da gab es ja generell viele Wüstenszenen, ja. Vielleicht mag ich Star Wars Essing auch so gerne. Auf jeden Fall habe ich diese Szene geliebt. Ich finde diese Umsetzung sehr cool gemacht als Spielset. Optisch die richtige Größe zum Spielen, die richtigen Dimensionen, die richtigen Figuren in einer guten Anzahl dabei. Ich habe keine Skiffgarten mit dabei. Die ist irgendwie weggeblieben, tatsächlich. Nun gut. Aber ich habe die anderen dabei. Und jetzt schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie euch dieses Set gefällt. Und dann sehen wir uns ganz bald in einem nächsten Video wieder. Und bis dann sage ich wieder mal alles Gute. Und Tschüss hier von eurer Steinküste. Und dann sehen wir mal alles Gute. Vielen Dank.